hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal begrüßen recht herzlich zu einer weiteren runde kingdom comes deliveries für die playstation 4 ja hoffentlich geht es euch gut ist heute gut drauf und ich hab's bis jetzt geile zeit gehabt und in dieser folge wird das edge geben wir werden das command lager überfallen mal schauen wir ob mir das gelingen wird diese mission hier abzuschließen ich das bezweifeln weil ich wahrscheinlich im schmerzkampf nicht so gut drauf bin aber wer nicht wagt er nicht gewinnen von süden aus über die brücke macht euch bereit vorwärts wenn er macht euch bereit ich bin bereit so müssen wir ein bisschen die energie im auge behalten und ich muss mal schilder nieder auf sie den haben wir schon mal in der wussschminkbogen ein bisschen im fernkampf wohnen wäre Lass uns abhauen! Haha! Jetzt schauen wir den. Dann können wir den gleich plündern. Dann können wir den gleich plündern. Warte mal auf, was hat denn der 14er? Das ist aber alles schon im Arsch, wenn wir das so nehmen können. Aber einen Rinn nehmen wir mit. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Den nehmen wir mit, der ist nämlich wichtig. Da, der hat sowas, das passt gut. Ich nehme jetzt gerade einmal das Wichtigste mit. Das ist ein 8er. Vielleicht kann ich danach noch plündern ein bisschen. Das ist ein Lanz. So, was ist das? Oh, der hat noch sogar da. 11. Da schaut ein Knierschützer dabei. Auch das hat er dabei. Das brauchen wir. Pfeil. Der Pfeil nehmen wir auch gleich mit. Den nehmen wir auch gleich mit. Passt gut. Leute. Dann haben wir uns da einmal schnell ausrüsten. Dann haben wir uns da jetzt gleich einmal schnell ausrüsten. Ein 12er. Ein 15er. Aber da nehmen wir jetzt den, der was ein bisschen mehr herhäbt. Ein 12er. Ein Öfer. Ein Bambam. Ein 7er. Ein 7er. Ein 7er. Passt. das ist nix mal so was drin was man brauchen können der 14 geben sie mir auch eine zeit zum plündern dann geben sie mir auch eine zeit zum plündern aber so viel geiles zeug vielleicht wenn ich schaff dann danach da hätten wir nämlich da hätten wir nämlich jetzt richtig zeig was man verkaufen können im show camp show die taktik waren die einen weg durch das locker haben wir schon haben wir schon also gut verkauf um um Abschließen geht er noch. Ich hab die Suche. Ah, ruhig. Ah, der Dom. Zug. Hoch. Neben. Stiffer. Ah. Jawohl. Oh, bist ja genauso ein schlechter Bunkenschützer wieder. Halt euch auf. Ah. Ah, ich hab keine Peile mehr. Ich hab keine Peile mehr. Also muss ich die hier mit. So, jetzt sind wir da gleich. Das eine investieren. So, Werte. Da Vitalität. Jetzt passen wir auf. Vitalität. Ah, Berserker. Wo sind wir denn da? Soldatsgesundheit auf Minimum abfällt. Wirst du zum Berserker. Eine ausregeneriert sich schneller. Passt. Ah. 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 Ach. Jetzt brauche ich zuerst mal wieder mal Nahrung. Honig... Gesundheit nah. ich muss jetzt warten bis das kampfgeschehen an mir vorbei ist ich brauche mehr sicht der was dabei muss schnappsmäßiges wo ist jetzt dass der punkt dass wir da kämpfen müssen verband 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 es ist vorbei mit mir ist vorbei mit mir verband das team dass die im kampf nicht heilen kust deshalb schießen gemacht dieses bild bescheuert dass das was dass man sie im kampf nicht heilen jetzt müssen wir die vitalität wieder holen krimschu 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 lo da inna im echt auf sie Weg hier! Weg hier! Weg zu Männer! Der Kampf ist schon mal um! Da kommen schon... Ah, Stärke Sau! Aber es hat mir nichts gebracht, das hat mir nichts gebracht, warum auch immer. Ich muss mich da ein bisschen mehr zurückgehalten, die anderen zwar machen lassen... So gut bin ich noch nicht ausgebildet. Ich habe mir fast gedacht, dass das ein bisschen ein schwieriges Unterfangen wird. Und das ist auch schon ein runterreter. Wir müssen ja dann in den oberen Ding auch noch rein. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Das werden wir schon irgendwie... Sloger ausrotten. Also gut Männer, der Weg ist frei! Auf sieh! Bleibt stehen! Angriff! Reicht euch auf! Reicht! 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 Ach! Da holen wir gleich meinen Pfeil raus, einen Schnaps holen wir raus, die Schwert holen wir raus, 8er, 14er, das bleibt drin, was hat der, hat der irgendwas besser Sinn, Schnaps, Goldstücke, Pfeile, 17er Hosen, Öferl, 13er, Retterschnaps, Bast, Verbände, Hoder, Din, Hoder, Skittenhemd, da ist er, 14, Toter Komane, 14, Groschnhoder, Ah, jetzt habe ich nicht alles genommen, er ist ja wurscht. Kümmert euch um die Bogenschützen, rasch! Öferl, Pfeil, Pfeil, Verband, Pfeil, 18er, super! Jetzt passen wir auf, jetzt haben wir da ein 18er, 18er Rüstung haben wir, ein 18er Rüstung, ein 14er Helm haben wir, ein 14er Helm haben wir, den können wir dann verkaufen, äh, 15, 15, 15, 12er Schiene, Bast, Öferl, Arm, 12er, Arm ist 12er, jetzt passen wir auf, wir müssen ja da schön schauen, dass man Kettenhemd, 12er, 17er, 17er, 12er, 12er, 13er Kettenhemd, nehmen wir das, Öferl, ein 14er Kettenhemd, 19er, schaut er das aus, geht schon auf, geht schon auf, 18er, schau er, 14, 7er, 14, 14, 15er haben wir da, 15er haben wir da, ich habe es gleich, ich habe es gleich, meine Spaß, ich habe es gleich, Franzische, dann haben wir, haben wir da ein Öferl, haben wir da ein Öferl, für die Schienen da, dann Öfer, 7er, 14er, nehmen wir den, 14er haben wir da, fast schon, äh, jetzt bei mir auf den saufmann doch gleich jetzt ein retter schnapps damals doch gleich wir haben dann retter schnapps vor einem nummer oder du kannst nicht speichern und die haupt zu so jetzt muss ich kurz schauen wie viele pfeile das habe ich noch wie viele pfeile habe ich noch drinnen wie viele pfeile 18 pfeile habe ich noch 2 von den tödlichen 4 passt da wohnstärke Okay. Ah. So. Ah. Gnadenstoß. So. 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 Aber man lernt ja, mit jedem Durchgang lernt man ja dazu, mit jedem Durchgang lernt man dazu. Ich warte jetzt einfach raus. Naja, ich muss nicht recht gerne helfen. Feuer! Bleib stehen! Zurück! Rechts hoch! Jawohl, Stärke, der Zogen! Ah, das gibt's ja auch nicht! Rückzug, Rückzug und da weiß ich jetzt noch da schon. Da müssen wir Decht wieder Fernkampf machen. Wir müssen Decht wieder Fernkampf machen. Nutzt da alles nichts. Auch wenn die Stärke und der Schwertkampf auch gegangen sind. So. Ein bisschen blöd ist es schon, dass Du nicht unter dem Kampf speichern kannst. Aber jetzt passen wir auf. Da oben auf links stehen die Bogenschützen. Ja, der Weg ist frei! Auf Sie! Ich kümmere mich jetzt um, um die Bogenschützen. Lass stehen! Kümmert Euch um die Bogenschützen! Lass! Formiert Euch! Bleib stehen! 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 Ah, das funktioniert auch nicht. Da muss doch irgendwie eine Methode geben, dass wir mit dem, was wir gerade haben, da durchkommen. Aus den feigen Worten möchte ich auch nicht. Das war die beste Möglichkeit, aber das ist wieder feige. Der Weg ist frei! Aufschieb! Kümmer dich um die Bogen! Reicht euch auf! Aufschieb! Halt! Halt! Aufschieb! Jetzt habe ich mir da den eigenen Mann zusammengeschossen. Jetzt nehmen wir das 14er Kettenhemd. Die rüst ich mir jetzt gleich aus. Öfer, Öfer! Wann wir sind damals 18er Ketten? Mhm. Wann wir? Ja! Wann wir? Wann wir? Wann wir? Wann wir? Ja. Ja! 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 Wir haben alles gut dabei! schauen wir mal 18 reserve das karlitzer roschen 19er panzer hat die 19er panzer schild dabei jetzt warte ich aber da war so viel zeug zum zum plündern waffen weil ich noch 15 habe ich noch von die 100 dies macht eh ein 55er schulden da drüber geschossen so plündern der 20 der 20 dabei du bist gestorben was ist jetzt schon wieder los warum bin ich jetzt gestorben die spü macht mir fertig jetzt je techt je techt mehr soldaten hinsen auf sie In Formation! Aufziehe! Keine Schuss weiter! Keine Schuss weiter! Ich schieße sie wieder wie mein eigenes Mann nu! Keine Schuss weiter! Spitz mit Pfeil! Ah, Entschuldige, Entschuldige! Ein 18er Kettenhemd, das brauche ich. Hier ist der Kalitzer, der hat einen Brustpanzer dabei, das weiß ich. Oder wo ist so einer? Oder wo ist der Krumane? Reigt euch auf! Jetzt! Aber ja, Pfeile! Okay. Kümmert euch um die Bogenschützen! Rasch! So. Und nun nebt das Unterlager ein! Und nun nebt das Unterlager ein! Und nun nebt das Unterlager ein! Macht euch bereit! Das wird das härteste Gefecht! Information! Information! Ja, geht schon mal Information! Ich schau mal, dass ich da was außer da habe. So. Ausrüstung. 15, 15. 12er. 12er. 14er. 18er. 2x auf Reserve, das passt gut. 13er. Ein 13er. Und was haben wir jetzt da rein gehauen? Ein 12er. Ein 13er rein. 14, 13. Ein 13er. Ein 13er. Passt. Ich hätte gerne den Brustbanzer wieder gehabt. Aber ist egal. Ist ja ihm egal. Schauen wir mal, dass wir diesen. Hier kriegen. Geht doch mal was. 16er. Und das zu dem wird von dem Empfunk gehen. Entschuldige, ich hau da dort ein paar Pfeile hinein. Trink den Sturmbörg und reiß das Tor nieder! Bleib zusammen und halte die Stellung! Bleib standhaft! Da könnte der so einer einen Ruhsponsor dabei haben. Ich trau mich schon, dass ich zugegeben habe. Vorwärts! Halt! Bleib sofort! Steht! Halt! Bleib sofort! Halt! Halt! Aufstieg! Halt! 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 Entstand ihr Hunde, rennt sie zurück! So, ich will gleich mit dem Juppt, dass ich nur noch die Pfeile habe. Der wird jetzt nicht so leicht werden. Wer zur Hölle bist du? Hast du mich vergessen? Ich dich nämlich nicht. Wo ist mein Schwerd? Was zum Teufel faselst du da? Welches Schwert? Warte mal, du bist doch... Leck mich am Arsch. Freunde, ich dachte die Krähen hätten dich zerpflückt. Ja, nett, zart. Zerpflückt uns die. Was hast du mit dem Schwert gemacht? Wenn ich an unsere letzte Begegnung denke, war es ein großer Fehler von dir herzukommen. Das ist ein großes Schwert! Aber vielleicht hast du ja etwas geübt. Ich hoffe es für dich. Letztes Mal war viel zu leicht. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ah, wie die Leute sequenzen! Ich würde das nicht auf den nächsten Part verschieben! Komm schon! Komm schon! verdammt 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 das mit dem pfeil war ganz gut aber er braucht zu lange das mummer wechseln ich hätte da gleich auf dem pfeil bleiben sollten müssen wir schauen ich glaube das mit dem pfeil ist besser sonst müssen wir es wirklich auf aufs nächste part umschirmen krimschu Heinrich krimschu Heinrich Ich muss mich einem in den Kampf stellen und das im nächsten Part mal im Sportsfreunde. Es nutzt nichts. Tut mir leid, den Anführer müssen wir dann im nächsten Part töten. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren. Die Glocke aktivieren, sodass, wenn es hier aus Kingdom Comes Deliveries weitergeht, nichts mehr Neues verpasst wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Denn je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst es mir, mein Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort. Respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Vor allem, meine Sportsfreunde, die ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.